Die neuen Kompakt-Mähdrescher W330 und W440 ermöglichen eine schnelle und einfache Wartung mit den an Bord mitgeführten Werkzeugen. Das gesamte Erntegut-Flusssystem kann zur gründlichen Reinigung in nur 20 Minuten ausgebaut werden. Das reduziert Verunreinigungen beim Wechsel zwischen Fruchtarten und erleichtert die Einlagerung am Saisonende. Die Abdeckungen am Schrägförderer bieten ausgezeichneten Zugang zu den Schrägfördererketten und der Vordressstrommel. Breite hochklappbare Seitenklappen geben den Blick auf die gesamte Mähdrescherseite frei. Für den Ausbau der Korntank-Querförderschnecke muss lediglich eine Halteschraube am Verschluss der Öffnung entfernt werden. Dank einer Inspektionsöffnung haben Sie einen ausgezeichneten Blick auf die Schüttler. Zur Entleerung der Körnerschnecke und der Überkehrschnecke muss lediglich ein Halteseil hochgezogen werden. Zur einfachen Reinigung verfügt der Korntank über glatte Seitenwände ohne ungünstige Ecke. Schüttlerböden, Vorbereitungsböden und Siebe lassen sich zur Reinigung sehr schnell herausnehmen. Der gesamte Mähdrescher-Innenraum kann nach Herausnahme der Siebe gründlich per Hochdruckreiniger gesäubert werden. Die Überkehr kann mittels einer Wartungsöffnung am unteren Ende gereinigt werden. Für einen schnellen Befüllvorgang sind die Kraftstoff- und DEF-Tanks dicht nebeneinander angebracht. Zur Überprüfung und Auffüllung von Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeit ist der Motorraum schnell und einfach zugänglich. Der Luftfilter kann problemlos entnommen werden. Die neuen leistungsstarken Modelle W330 und W440 bestechen durch eine ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit, die ein effizientes Arbeiten und eine lange Lebensdauer ermöglicht.